Guten Morgen, Leo! Heute machen wir einen Test. Einen Test? Oh nein, 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 nein! Einen Pluraltest. Ah, ich bin der Pluralmeister. Wie ist der Plural dieser Substantive? Ach, das ist ganz einfach. Die Lehrers, die Bruders, die Königs, die Baums, die Students, die Kinds, die Hauses, die Autos. Na dann, schauen wir mal. Sehr gut, Leo! Der Pluralartikel ist immer die, richtig? Aber hier ist der Plural. Die Lehrer, die Brüder, die Könige, die Bäume, die Kinder, die Häuser, die Studenten und die Autos. Juhu, Auto war richtig. Ich weiß, Leo. Der Plural ist ein bisschen kompliziert. Ein bisschen? Kein Problem, Leo. Hier habe ich ein paar Tipps. Die kannst du ganz schnell lernen. Vielen Dank und los geht's. Hier ist ein neuer Test. Wie ist der Plural für diese Substantive? Okay. Die Schüler, die Mütter, die Hunde, die Hände, die Bilder, die Bücher, die Fragen, die Fotos. Wow, Leo! Alles richtig! Jetzt bin ich der Pluralmeister. Ja, genau. Bei Markus Language Academy kann jeder der Pluralmeister werden. Vielen Dank, Markus! MLA, alles klar!